Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es ein Stylings-Video von einem Sim, weil ich da Lust drauf hatte. Denn es war Selfcare angesagt. Und ja, genau. Und wenn ich Selfcare meine, dann erstelle ich meistens Sims. Beziehungsweise ich habe auch ein Buch gelesen und sowas. Also halt so ein paar entspannendere Sachen. Und da hatte ich einfach mehr Lust drauf, als auf ein reguläres Video. Und ich hoffe, dass das für euch alle in Ordnung ist. Aber ich denke schon, weil bisher hat sich noch keiner beschwert, wenn ich mal irgendwie random Zeug gebracht habe. Und ja, genau. Ich fand die Maus eigentlich ganz süß. Und deswegen dachte ich so, okay, jetzt wird sie schön eingekleidet. Also ich habe halt ihr Gesicht und so schon vorher gestaltet gehabt. Und ihren Körper etc. Und dann dachte ich so, okay, ich könnte das ja eigentlich aufnehmen. Weil, naja. Also ich hatte irgendwie jetzt dann nicht mehr so die Lust, mich nochmal dran zu setzen, um ein Video aufzunehmen. Und deswegen dachte ich so, okay, machen wir das jetzt einfach so. Ja, genau. Wie geht's euch, Leute? Wie geht's? Ich weiß nicht, was ich hier sagen soll. Es passiert eigentlich aktuell nicht so viel in meinem Leben. Deswegen, ja, irgendwie gibt es halt einfach nicht so viel zu erzählen, wisst ihr? Also, weil irgendwie mein Leben besteht halt nur aus arbeiten, nach Hause kommen, irgendwas essen zwischendurch, schlafen und dann wieder arbeiten. So, und ja, das ist irgendwie nicht das, was jetzt irgendwie krass erlebnisreich ist, wo ich dann halt viel erzählen könnte. Ja, also irgendwie, also einige Sachen darf man ja auch insofern nicht erzählen, weil es halt einfach nicht so, also, weil die Sachen ja eher intern bleiben sollten oder so. Also, keine Ahnung, ich weiß es doch nicht. Also, wenn es halt mal was Interessantes gibt, so. Das ist dann eher was, wo man vielleicht mit seinen Freunden oder so rüber spricht und nicht halt hier so, hi, also hier ist das und das und das passiert. Und du denkst dir so, okay, sollte man das hier unbedingt jetzt im Internet preisgeben? Ich weiß es nicht. Hm, wild auf jeden Fall. Ich kann bei dem Sim sehen, ich habe viel mit Rot gespielt, weil ja in diesem Band auch Rot drin ist. Und ich glaube, man konnte das Band nicht umfärben, aber ich weiß es eigentlich ehrlich gesagt nicht. Hm, aber ich fand halt, Rot generell stand hier richtig gut, deswegen hat sie halt überall einfach ein bisschen Rot mit drin. Hm, ja, genau. Und, ja, ich habe halt generell mal ein bisschen versucht, ein bisschen anderen Stil zu fahren, als ich es sonst tue. Hm, also halt so was Cooles, Trendiges irgendwie, aber halt trotzdem eigen. Und, keine Ahnung, sie gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Und, ja, das ist ja die Hauptsache, ne. Ich weiß nicht, was ich mit diesem Sim anstellen soll, aber ich denke, ich werde sie dann vielleicht bei der Lucky Legacy Challenge mit in den Save-File packen, wenn wir das dann so dann neu starten. Weil wir wissen ja alle, was passiert ist im ersten Part. Es ist immer noch ein bisschen wild, weil alle so, ähm, okay, was ist da passiert, warum? Es ist einfach immer noch zu wild, was da passiert ist, ehrlich. Also, ich weiß auch immer noch nicht, wie das passieren könnte. Aber manchmal ist es halt einfach so, I guess. Ja, und dann starten wir neu und werden auf jeden Fall dann besser aufpassen. Vielleicht werden wir auch einfach einen besseren Dreh erwischen, weil ich meine, 1600 Simoleons war halt schon echt heftig viel für den Anfang. Vor allem, weil wir ja noch nicht mal ein vernünftiges Haus hatten. Das ist schon traurig. Aber Hauptsache, wir hätten ein Mikroskop gehabt, wenn wir es geschafft hätten, ne. Läuft auf jeden Fall bei uns. Aber wir haben es nicht geschafft. Wir sind sogar gestorben. Besser kann es auf jeden Fall nicht laufen bei uns, ne. Ehrlich. Ja, wie gesagt. Wir starten aber dann wahrscheinlich dann nächste Woche neu. Wir werden mal schauen, weil ich habe, also vielleicht auch schon am Wochenende. Ich weiß jetzt noch nicht genau, ob ich, ähm, also ob ich lieber die 100 Baby Challenge oder die Lucky Legacy Challenge aufnehmen wollen würde. Aber das sehen wir dann spontan, weil es ist ja noch ein bisschen Zeit dahin. Und, ja, genau. Ich will ja auch ein bisschen Variation reinbringen in die Videos und so. Deswegen wechsle ich ja gerne halt meine Hauptprojekte ab und so. Aber, wie gesagt, wir sehen dann ja, was als nächstes kommt. Genau. Und, ja. Eigentlich habe ich auch gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich hoffe, ihr hört das gerade nicht, was hier gerade passiert. Ich weiß nicht. Irgendwie ist alles gerade mega laut. Und, dass das irgendwie nicht so, wie es sein sollte. Hilfe. Ich hoffe, euch gefällt dieses Mal es auch. Und ihr könnt mir ja auch Vorschläge schreiben, was mit ihr eigentlich los ist. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin und tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.